Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Mudrunner. So, so langsam geht es doch jetzt zu Ende im Level Riazan. Wir sind dabei, die vorletzte Langholzlieferung zu beladen. Und zwar mit dem MTZ-82 auf den 63-17. Da sind wir doch. Der erste liegt und den zweiten, den wollen wir jetzt direkt raufpacken. Das heißt, wir starten unseren Traktor und legen los. Mal Licht anmachen. Der zweite Balken liegt zum Glück nicht auf der Erde. Das heißt, das sollte jetzt ein bisschen einfacher gehen. So, die Wölfe sind schon wieder gut dabei. So, wir bringen den Glow da mal direkt in die richtige Position. Na. Warte mal. So. Irgendwie ist das alles noch nicht so das Gelbe vom Ei. Nee. Noch mal ein Stückchen zurück. Noch mal den Glow da ein Stückchen weiter runter. Nee. Immer noch nicht. Boah, das ist aber auch ein Gefrickel. So, jetzt müsste ich doch da aber eigentlich mal hinkommen. Was ist das Problem? Wunderbar. So, dann grabben wir den. Und heben ihn hoch. Sehr schön. Dann Rückwärtsgang rein. Und Mal gucken, ob wir das direkt so schaffen. Nein, ich glaube nicht. Ah, so richtig schlecht ist es nicht. Noch mal ein Stückchen zurück. So. Ja, so. Finde ich das eigentlich ganz gut. Dann Glow da kippen. Ich fahre, glaube ich, noch mal ein Stückchen zurück. Okay. Dann öffnen wir den Loader. Kann ich den irgendwie noch ein bisschen weiter runter kippen? Jawohl. Okay. Dann können wir jetzt hier mal komplett zurücksetzen. Wechseln. Bin ich hier noch nah dran? Nee, da dürfte eigentlich kein Problem bestehen. Wir wechseln auf den 6317, lassen den an. Und Position your truck properly. Okay. Dann fahren wir hier mal vorwärts und gucken, dass das alles schön gerade ist. Eigentlich müsste das doch so gehen. Jawohl. Sechs Load Points. Wunderbar. So. Ich möchte mit dem auf jeden Fall also hier oben fehlen noch, aber ich glaube, mit dem würde ich hier nach rechts fahren, denn wir müssen hier oben hin und mit dem müssen wir auf jeden Fall erst mal tanken jetzt. Das heißt ja, wir machen das auch direkt. Wir fahren jetzt nicht erst mit dem MTZ 82 in den Südwesten und beladen den 4320, sondern wir fahren mit dem 6317 jetzt direkt das Sägewerk an. So, einmal hier oben rauf. so, das hätten wir. Und ja, schade. Probier's noch mal. Diesmal klappt's. Das wird nämlich Zeit, dass der betankt wird. Wir sind schon gleich nur noch bei 100 Litern. so, noch mal über diese ganzen dummen Stämme hier gucken. Mit Vollspeed. Ja, dies eine Loch hier, das ist auch immer mega schlammig. noch einmal kurz dem T16, einen letzten Besuch abstatten. Denn ich denke, mit dem 4320 werde ich wahrscheinlich eher über die Fuel Station fahren. So, noch mal ganz kurz gucken, wo fahren wir denn jetzt am besten lang? Ja, wir können ruhig diesen Weg hier vor uns reinfahren. Also. Eine letzte Betankungsaktion des T16. Der ist voll. Dann geht die Reise los. Ich glaube, ich kann mir einfach mal hier diesen Punkt setzen, beziehungsweise danach müssen wir ja nur noch hier durch, hier hin. Ich weiß gar nicht, ob man da durchkommt, aber ja, wir versuchen das jetzt einfach mal so. Die vorletzte Lieferung steht an. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal ein ganzes Stück Arbeit hier durch das sumpfige Gebiet. Mal gucken, ob wir da ein bisschen schneller durchkommen. Ich mal hochschalte. Nein. Erster Versuch schlägt viel. Zweite auch. Gut, dann fahren wir erstmal so weiter. Okay. Ja, ich glaube mit dem, ich weiß gar nicht, sind wir mit dem 255 hier auch schon mal durchgefahren. Mit sechs Punkten Holz, also da ist an den Plus 1 nicht zu denken hier. Fahr ich hier rüber? Glaube ja. Ah, noch eine gute Stelle suchen. Probier jetzt mal hier. Und komm jetzt sogar in den Plus 1. Und komm jetzt sogar in den Plus 1. sehr gut. Sehr gut. Keine Löcher in Sicht. So, jetzt muss ich mich aber gleich wieder ein bisschen weiter links halten. Sehr gut, er bleibt im Plus 1. Diese Ruckel, über die der immer fährt, die sieht man auch überhaupt nicht. Okay, jetzt war es ihm dann doch ein bisschen zu viel. Okay. 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 So, jetzt ist es nicht mehr weit. Ah, nicht so ganz ungefährlich hier, diese Pfütze. Äh, Moment. Nehmen wir mal den Wegpunkt hier weg. Ich glaube, man kommt hier gar nicht durch, ne? Ich muss, ich muss diese Kurve hier fahren. Okay, das kriegen wir aber auch noch hin. Jawohl. Schade. So, der Baum muss leider noch mal dran glauben. Ich hoffe, ich bin hier zur richtigen Lambermill gefahren. So, da wären wir doch. Gucken wir noch mal vorsichtshalber auf die Map. Jawohl. Drei von acht. Und das ist welche, Lambermill? Die sechs. Gut. Dann können wir unloaden. Und haben auch hier acht Punkte geliefert. Das heißt, jetzt fehlt nur noch die Lambermill 5. Die haben wir hier. Und den 4320 haben wir hier unten. Das heißt, wir wechseln jetzt noch mal zum MTZ 82. Und Moment, ich kann mir gleich mal den Weg dorthin setzen. Ich glaube, wir fahren ruhig hier hoch, hier durch, hier runter. So. Achso, auf den MTZ wollte ich wechseln. So. Wunderbar. Licht können wir mal ausmachen. Können wir unsere letzte Beladungsaktion hier wenigstens noch in Tageslicht machen. So, jetzt bitte nicht mehr kippen. Und wir fahren noch mal in den Sonnenaufgang hinein. Vorsichtshalber noch mal hier die Pfütze angucken. Ne, alles in Ordnung. So, ich glaube, es ist doch sicherer. Wir machen das aus der Außenkamera. Wow, 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 wow. Diese Hoppelfelder sind gefährlich für die Traktoren. Zumindest für die Kleinen. Bleib aber nach wie vor im Plus 1. Immer nur kurz vorm Gas gehen. Okay. Sehr schön. Jetzt wird es doch wieder ein bisschen ebener. Hier sind auch keine großen Löcher. Achso, Moment, ich muss ja hier lang. Und jetzt wird es doch wieder ein bisschen mehr. So, wo muss ich hin? Da. Das ist ein schönes Modell. Die Trecker habe ich richtig liebgewonnen hier in diesem Let's Play. Den werde ich sicherlich noch mal was anderes machen. Also, die in einem anderen Let's Play verarbeiten. So, da hinten steht doch unser Freund. Ah, Moment, das ist hier natürlich noch mal scheiße. Ups. Ja, ja, ja. Jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier vielleicht, ups, ob wir hier vielleicht die beiden Stämme auf einmal schnappen können. So, wir bereiten den Loader vor. Das ist ein bisschen tiefer noch. So. Ja, besser geht's ja eigentlich nicht. Äh, Loader, Grab. Ja, der greift auch um den vorderen. So, und jetzt noch bitte in die richtige Richtung. Ja, perfekt. Gut, ähm. Jetzt vorsichtig. Also, das kann ich nur noch mal wiederholen. Das ist wirklich faszinierend, wie... ...relativ stabil der diese... ...sechs Punkte hält, wenn ich mir das... ...überlege, wie schlecht der K700 das mit dem Crane gemacht hat. So, jetzt aber wirklich extrem vorsichtig hier, dass ich nicht jetzt bitte noch kippe. So, noch mal ein Stückchen zurücksetzen. Das müsste aber eigentlich jetzt schon reichen. Äh. Ja, 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 ja. Eigentlich bin ich so ganz zufrieden. Ich setze noch mal ein Stückchen zurück. Ah. So, versuchen wir das jetzt mal. Also, wir wollen den Loader... ...bisschen nach vorne, ein bisschen kippen. Dann den Loader Grab und... ...öffnen. Ja. Ich würde sagen, das war perfekt. Gut. Dann setzen wir hier mal zurück. Bremsen. Können wir direkt den Motor mal ausmachen, so. Und... ...ähm... ...jetzt können wir den... ...Truck wechseln... ...auf den 4320... ...lassen den an. Ready to pack. Zack. Herrlich. Okay. ...ähm... ...damit hätten wir... ...die letzte Ladung Holz... ...auf dem... ...Truck. Wir haben noch... ...gute neun Minuten Zeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall... ...an der Fuel Station vorbeifahren. Das heißt, wir fahren... ...diesen Weg hier vor uns hoch. Okay. Dann legen wir los. Vielen Dank fürs Beladen. ...und gucken mal, was der... ...4320 so auf dem Kasten hat... ...mit 6 Punkten Holz drauf. Ja, ich muss den rechten Weg fahren... ...auch wenn der eklig aussieht. So, mal hier links lang fahren. Ja, hier kenne ich mich jetzt... ...nicht so wirklich gut aus, aber... ...das hier sieht erst mal... ...schaffbar aus. Ups. Moment, ich muss links lang. Vorsicht. Also, ich würde mal sagen... ...noch ist das Glück... ...wenn wir uns... ...vieleicht jetzt irgendwo... ...da hinziehen können. Oh, das wäre so schön, wenn das jetzt klappt. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. So, wir fahren mal ein bisschen weiter... ...und ziehen dabei. So, jetzt kann ich aber lösen. Okay. Das hat geklappt. Och, das ist doch eine Frechheit. Leute... ...also, vorher falle ich komplett um... ...behalte die Ladung... ...und dann stehe ich ein bisschen schräg... ...und verliere sie, oder was? Okay, damit ist der Traum geplatzt... ...vom... ...let's Play... ...beziehungsweise vom... ...beliefern in dieser Folge... ...und abschließen in dieser Folge. Die gute Nachricht ist... ...der MTZ 82 ist nicht so weit weg... ...und... ...der kommt somit nochmal... ...zu einem Kurzeinsatz. Ah, ist das nervig. Ja. Na gut, was soll's. Ich will nicht meckern. Genug Treibstoff hat er auch noch. Sollte jetzt bitte nur nicht kippen. Diese Strecke hier ist tückisch. Ich fahre hier mal einen etwas anderen Weg... ...als der... ...43-20 eben. Das ist aber auch ein Modder. Boah, das wird gar nicht so einfach hier. Die sehe ich gerade. Gucken wir mal. Ist das hier ein Loch, ja, ne? Das ist auch noch ein fieses Loch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm. Das ist nochmal jetzt ne fiese... ...ne fiese Stelle. Ich bräuchte jetzt eigentlich hier irgendwas mit nem Kran. Ähm. Ähm. Das wird nicht gehen, ne? Ich muss eigentlich... Boah, die Stelle ist so ätzend für diese Aktion. Es hilft nichts. Ich glaube, ich muss den... ...43-20 wegfahren. Auch wenn ich dafür die Stämme dann nochmal komplett neu mitnehmen muss. Aber ich kann hier neben dem überhaupt nicht manövrieren. Das heißt, der wird die Stämme jetzt verlieren. Und stellt sich wohin? Oh, das wird doch noch ne Höllenaktion werden. Ja, wir machen das mal so und dann könnte der vielleicht von der Seite beladen. Es sei denn, er kann sie überhaupt nehmen. Ähm. Wir wechseln mal auf ihn. Und jetzt... ...fahre ich erstmal vorsichtshalber hier vorwärts. Und fahre jetzt aber die Stämme von der anderen Seite an. ...in der Hoffnung... ...dass ich die irgendwie gut zu fassen kriege. ...fahre jetzt so. So. Okay, Loader. Runter. 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 Das ist nicht so schlecht. Loader Grab. Ah. Ja. Oh, das ist doch prädestiniert für einen Sturz gleich wieder. Okay, es hilft nichts. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für eine Aktion. Okay, 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 Moment, Moment, Moment. Release. Oh. Das ist doch ein cooles Bild. Das möchte ich gerne als Thumbnail haben. Guck mal, ich stehe tatsächlich nur auf den beiden vorderen Reifen. Schade, es gibt nicht so eine gute Perspektive hier so wirklich für. Ja, wir haben jetzt 30 Minuten voll. Ich mach's nicht gerne. Ne, ich kann auf keinen Fall hier das Let's Play beenden, weil wenn ich dann neu lade, dann stürzt wahrscheinlich alles in sich zusammen. Ich muss rückwärts fahren und hoffen, dass ich... Okay, 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 jetzt... Das bringt nichts. Ich muss... Ich muss irgendwie in Bewegung bleiben. Ich muss die Kurve kriegen. Ich muss die Kurve kriegen. Ich muss die Kurve kriegen. Nein, 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 nein. Oh, Leute. Ich dreh so am Rad. Das ist doch totaler Bullshit, ist das doch. Ach, nee, da hinten ran. Ich zieh mich wieder gerade. Ich kann nicht behaupten, dass mir das hier gerade noch Spaß macht. Vor allem bin ich so langsam ein bisschen mit der Steuerung überfordert. So. Jetzt hoffe ich aber doch... Dass ich hier vielleicht einfach mal rumkomme. Komm her, du Scheiß-Trecker. Boah, ich hab echt den Hals mittlerweile. Was für Aktionen. So, ich komme natürlich jetzt da vorne nicht rüber, oder? Doch, ich bin drüber. Sehr schön. Ähm, dann einen ganz kleinen Tucken zurück. Und wir gehen auf den Loader. Oh, nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das hilft nix. Fahr ein Stück zurück. Ein Stück vor. Ein bisschen drehen. So. Ja, ich muss zurück. So. Und dann gehen wir auf den Grabber und öffnen den in der Hoffnung... Ja, 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 ja. Runter. 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 So. Okay. Den ersten hätten wir. Ähm, ja, das ist jetzt leider ein Cliffhanger, aber es hilft ja nix. Also, wir haben immerhin den einen Stamm wieder raufgepackt. Der andere liegt da noch. Ich hoffe, 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 dass wir in der nächsten Folge dieses Let's Play beenden können. Die letzte Lieferung gestaltet sich durchaus schwierig. Wir haben überzogen, aber, na gut, unterhaltsam ist es hoffentlich. Und das ist ja die Hauptsache. Okay, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich würde mich freuen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Und sage Tschüss.